Das darf doch wohl nicht wahr sein. So. Äh, okay. Ich geh mal kurz gucken wegen Salat. Oh, ich bin jetzt richtig durch gerade. Irgendwo in den USA zu diesem Zeitpunkt hört man ein leises Schluchzen aus dem Schlafzimmer von Tom Selleck. Ich wollt doch nur ein Eis. Ich wollt nur ein Eis rausbringen. So. So, la 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 la. Kurz mal alles mitnehmen hier. Wupp. Rein da, gell. Ich geh mich wieder mit. Die Wolle muss ich mal rüberbringen, ne? So. Die sind ja immer noch hier drin. Ach ja, die kriegen auch nie mehr... Mit dem neuesten Update kriegen die keinen Hunger mehr hier drin. Eigentlich nice. Okay, aber wen paaren wir denn jetzt? Die haben ja schon ein bisschen. Die haben noch eine Torte übrig. Ach, die sind noch dabei. Hier ist doch noch ein Ei. Oh. Ja, Schlong ist, glaube ich, fertig. Schlong hat den Salat, glaube ich, gemacht. Achso, wir haben ihn schon mitgenommen. Ja, den Salat schon. Weißt du was? Der kriegt gleich einen neuen Salat. 136. Geil. Also, hier läuft. Oh, Alter. Äh, wir haben zu viel Weizen. Wir steigen auf Salat um. Ich habe eine Frage. Nur mal in der Theorie, ja? Angenommen, wir haben zwei Anubisse. Anubisse? Anu. Wir haben zwei Anuben. Wir haben zwei Anuben. Und wir paaren die miteinander. Kommt dann am Ende ein super Anubi raus. Oder ein Anubis mit besseren Stats. Wenn wir die paaren. Das würde ich gerne rausfinden. Okay, kann passieren. Okay. Pass auf, ich probiere das mal gerade aus. Okay, ich lasse die beiden erstmal machen, oder? Ich lasse das hier erstmal weitermachen. Ähm, ich würde ansonsten mal gucken, ob ich Eos Andy und Eos Erik mal, äh, nur mal zum Testen. Weil die beiden einfach derselben Gattung angehören. Ja, und zwar sexy Motherfucker. Ja, und, äh, da würde ich mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Wahrscheinlich irgendwas Furchtbares. Irgendwas, was immer gegen den Zaun läuft, freiwillig. Ich, ähm, oh, wird schwierig. So. Kann nur eine Mutter lieben. So. Wir testen das mal. Ich würde gerne die Eier hier abbauen. Und ich hab's getan. Frech. Frech von mir. Habe ich noch 50 frei? Ja, habe ich. Ich könnte auch ein zweites Jumbo-Ei mitnehmen. Also ein zweites Riesenei. Warte, oh mal. Ähm. Kann ich eigentlich... Wo war'n das hier? Sehr geehrte Eltern, halten Sie Ihren Kindern doch an dieser Stelle kurz die Augen zu. Das wäre sehr nett. Warte. Ich würde mal was testen. Ich bin zufrieden, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, das gibt Probleme auf Dauer. Generell guter Titel. Ähm. Hm. Generell ganz gut, aber vielleicht müssen wir eventuell die Monetarisierung. Ich bin da nicht ganz sicher, wie das dann... Wie der Algo da... Weiß ich nicht genau. Äh. Die alte Moschuswiese vielleicht? Ist das gut? Das war irgendwie auch nicht richtig. Ähm. Pfff. Weißt du was? Wir sind auch wachsen. Ich fand den Namen super. Ich sag's, wie es ist. Ich find den Namen gut. Mal gucken, was passiert. So, was mit dir? Sag mal. Was hast du nichts zu tun? Oh ja, wir hätten es Oktoberfest nennen können. Wär jetzt faktisch nicht so ganz falsch gewesen. Ach, der ist schon fertig. Was? Wow. Einfach wow. Äh, dann schmeiß ich den mal ganz kurz wieder hier rein, damit er nicht frisst zwischendurch. Wie ist das eigentlich mit Pelz? Die arbeiten, essen die trotzdem? So. Den Salat würde ich jetzt gerne mal ganz kurz, äh, testweise hier oben bei den Dördels waren wir dann. Bei den Dördels. Hallo, liebe Dördels. Denen geht's gut. Wie viel haben wir hier inzwischen? Wird irgendwie... Wird nur langsam mehr, wenn man nicht da ist, ne? Das ist ein bisschen schade. So. Tag, Jungs. Äh, war da kurz. Nein. Da so. Und dann drüben nochmal. Ursuppe. Äh. Wir hätten es auch Melkfabrik nennen können, ne? Wäre vielleicht auch okay gewesen. So. Ähm. Brauchen wir noch Barren hier? Ne, ne? Aktuell nicht. Was würde ich jetzt als nächstes gerne... Okay, ich würde als nächstes gerne die Sachen rüberbringen. Das würde ich gerne machen. Ich würde nicht gleich wieder neue Brutstätten bauen, falls wir mal die Dinger brauchen. Die Zündkerzen für was anderes. Ach, der Tonico ist noch da. Ja, nice. Geil. Geil, geil. Broken Age war nice. Habe ich gerne gespielt. So. Dann hier rein, Steine. Und die Dinger baller ich auch hier rein. So. Und dann haben wir noch ein Riesenei. Das wäre... Als Zwischenlager ist das, glaube ich, ganz gut für Eier, oder? Wenn ich keinen Bock habe, dauernd nach ganz oben zu rennen. So. Ich würde langsam auch mal ganz kurz eben was anderes machen wollen. Was wollten wir noch machen? Die Küche haben wir gebaut. Äh. Wollte ich noch irgendwas hiervon machen? Wir hängen die ganze Zeit nur in der Base rum. Und, oh. Elektroheizung haben wir gelernt. Okay. Van Worm Christ Sattel. Wir können uns mal die neuen Pels angucken. Ähm. Ice King Packer Sattel. Aber heißt dann... Ach, früher ist es der Ice King Packer. Jetzt heißt er King Packer Christ. Da wurde noch was nicht umbenannt. Okay. Fluchtweg Schildset. Sehr gut. So. Die haben Spaß hier. Ja, die haben Spaß. Okay. Ich würde gleich nochmal schnell pinkeln gehen und mir was ordentliches zu trinken holen. Äh. Ich wollte gerade noch... Wir brauchen inzwischen die Terrasphären, oder? Haben wir noch die Gigasphären im Einsatz? Ich hab das ganz vergessen. Haben wir die noch im Einsatz? Das Geld lass ich mal hier. Oh ja, wir brauchen nochmal diese Pelsuppe. Die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir auch noch. Da muss ich schauen, wer die Pelsuppe hatte. Munition haben wir mehr als genug, ne? Jo, alles klar. Will den Bogen fast zu Hause lassen. Wir haben zu viel davon. Genau, Pählöl brauchen wir. Ich muss nochmal gucken, wer Pählöl hatte. Das waren, glaube ich, irgendwelche grünen Tierchen, ne? Die grünen Naturtierchen. Ich glaube, die haben das. Ähm. Ich schau mal. Und ich wollte noch ein bisschen erkunden. Ich flieg jetzt mal nicht da oben hin, obwohl ich hier gerne noch weiter... Ich würde hier gerne umfliegen alles. In die Wüste würde ich auch gerne. Ähm. Die pinken Schafdinger. Haben wir die hier? Ich guck mal. Ich schau mal. Wir schnell reisen mal gerade. Und ich muss immer noch pinkeln. Vielleicht kommt ja auch Pählöl raus. Okay. Oh, mit der Mucke macht es jetzt richtig Spaß. Ja, der ist immer noch nicht. Sagt's ihm bitte nicht, aber er ist wirklich in Enttäuschung. Oh nein, Bienen. Hä, Gorirats? Wo kommen die denn her? Okay, warte mal. Warte mal stehen. Oh, shit. Der ist wirklich in Enttäuschung. Tut mir leid. Der, der war wirklich nicht cool. Also der... Ich... Der sah halt wirklich gut aus, aber offenbar... Sieht gut aus, ist nix drin. So. Hm. Schade. Und Öl gab es auch keins. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Muss ich zugeben. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Der sah wirklich sehr cool aus. Sah sehr high level aus. Oh, ich hab keinen Silberschlüssel dabei. Nee, nee, nicht auf mich schießen. Ich seh das. Ich seh das. Mach mal... Junge. Aus der Existenz getreten. So. Oh nein, Bienen. Blöde B-B-B-B-B-B-Bienen. Mist. Mit einem Stein. Was machst du denn da? Bleib mal geschmeidig. Oh. So. Na komm jetzt rein mal. Dann eben den da. Weh, der klappt nicht. Dann bin ich sauer. Na also. Ich hab extra die gute jetzt genommen. So, die XP brauchen wir dann auch noch. Tomatensamen. Oh. Brauchen wir einen Tomatensamen? Ja, Tomatensamen braucht mehr. Außer nur einer. Okay. Wir brauchen noch einen Tomatensamen. Zeig mir deinen Tomatensamen. Warte, ich sammle mal kurz Stuff ein. Da drüben sind da Gurirats. Aber ganz ehrlich... Pfff. So. Ich brauch Öl. Ich brauch einfach Öl. Das nehm ich mit. Dankeschön. Und wir müssen auch mal unsere Pels mal wieder so zwei, drei Pels mal wieder ein bisschen aufleveln, ne? Da drüben ist noch ein Tagebuchseite. Die holen wir uns auch nochmal schnell. Hatte einer von denen gerade Pellöl dabei? Ich hab nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Sonst such ich euch mal raus, wo das Woolipop ist. Im Pelldeck siehst du auch, wer das droppt. Ja, aber ich will nicht tausend Sachen durchgehen. So. Ich frag doch gerade einfach. Pass auf. Ah, oh. Das war schon wieder? Ne, komm. Lass das einfach. Okay, die Gorillats hasse ich jetzt auch. Dumme Gorillas. Einfach dumme Gorillas. Hasse ich. So. Okay. Tagebuchseite. Eine Schiffbrüche, Tag 12, 2. Okay. Wie viel hat denn der geschrieben, der Kollege? Der hat ja immer nur geschrieben. Ähm. Was auch, ob ich weiß, wenn ich farm gehe. Ne, dich nicht. Wo finde ich euch denn? Na, da bin ich ja ganz falsch. Rechts vom schwarzen Knödel. Und der roten Insel. Okay. Ich mach kurz Schnellreise. Okay, warte. Sag mal. Bewachen die gerade den... Bewachen die gerade den Schnellreisepunkt? Ist das deren fucking Ernst? Oh, Alter. Was war das denn gerade? Junge. Was hat denn der geschossen? Hier. Ach, gucke. Ich hab mir sogar ein Ding ins da hin gemacht. Dass ich da farmen wollte. Oh, oh. Brancherie. Hab ich von dir eigentlich schon alle? Oh, nein. Hä, wieso ging das nicht? Jetzt komm mal klar, Kollege. Als ob der rausgekommen ist bei 90% Chance. Du Dreckiger. Bleib mal stehen, du Papagei. Wieso treffe ich den nicht? Der hat einen riesigen Körper, aber die Federn gelten nicht. Bleib doch mal stehen. Boah. Wie kann man so nervig sein? Rein in die Kugel jetzt. Ich hab keine Zeit für dich. Ich suche Öl. Ach, von denen haben wir schon... Oh, wir haben schon 10 von denen. Endlos Magen, der kommt in den Mixer. Die geben auch Öl, aber die... Ganz ehrlich, Munition... Kosten mir zu viel Munition. Wir könnten auch ein paar... Da, das... Das könnte... Das will ich doch. Wir gucken mal. Hey. Du warst unartig. Okay, 1 und Zuckerwatte. War sehr unartig. Da muss man schon mal durchgreifen. Ich hätte gerne Nachtmusik gerade. Doppelflinte. Doppelflinte. Ach, das ist der Arsch. Ich weiß gar nicht, wo vorne ist bei dem Ding. Oh, hab ich vielleicht... Äh... Hervorragend. Ich spare Munition. Oh. Na komm schon. Dankeschön Jo, die brauchen wir eh noch Zehn, die geben Zehn Öl Zehn Öl Okay Okay Die Jagdsaison ist eröffnet Hukratis Ist mir egal Ist das schön hier Könnte ruhig mal Tag werden Was da los Wilderer Grenadier Ach, nicht schon wieder Ist auch ein bisschen nervig Was ist das? Depresso Der greift uns an Jo, alles klar Der gibt aber kein Öl, ne? Giftdrüse, okay War es schon wieder? Oh Na gut Hukratis, ist mir egal Ist ja zu dunkel, ich seh nichts Ich bräuchte einen Scanner So ein Bip, 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 bip Wo der Nächste ist, den wir suchen Das wär ganz cool Warum kann Angriffsmacht nicht fliegen? Das wär toll Ja So Oh Oh Das hat nicht lange vorgehalten Ein Öl Okay Okay Gut Nein Entschuldigung, das war vor Freude Vor Freude Oder Feuer Wo ist denn hier Wann mach ich mal mal kurz so Pistole müsste reichen, ne? Äh, das sind nicht Pistole Nein, komm rein Keine fiese Matenten jetzt Was ist denn das da hinten? Ein Loop Moon noch Aber davon haben wir schon Haben wir davon schon 10? Ich weiß gar nicht Warte, ich lade nach Rainer mit dir Haben wir von denen schon 10? Nö Nö Haben wir nicht Okay, sehr gut Die Loop Moons Was ist da hinten? Mozarine of Time Haben wir schon ne Menge Das ist Ne Truhe Achso Haben wir schon Truhen gesammelt? So, warte Kleine Pärlseele Na klar Die grünen Dinger brauchen wir nicht mehr Ich meine Ich kann die trotzdem mitnehmen Weil es ist ja umsonst Aber Eigentlich Oh, die Musik, ne? Didel, 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 didel Ja So Mit Flugmaunt bei WoW Musik Oh, noch ein Cognito Ähm Wo ist der Wo ist der hin? Oh Wa Hä? Ach Wie geil Hä, du Cooler Der kann sich auch porten Das ist ja geil Ne Jetzt port dich immer da rein Jetzt port dich mal da rein Wunderbar Ne, Tokotokos Haben wir die schon gesammelt? Ich Bin mir grad nicht so sicher Aber die wachen gleich alle auf Und dann macht's Bip, 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 bip Ach, die müssen gar nicht aufwachen Ich seh schon Ja, ja Oh 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 ja Oh ja Haben wir schon Okay Schade Naja Ah, wir gucken mal weiter Ah, die Woolipops sind mir zu wenig Die, die Woolipops Zu wenige Mengen von denen Und äh Gibt nur ein Dingens Oh, Entschuldigung Wollt ihr nicht in den dann schießen? Wollt den Kopf schießen Man muss sie auch entschuldigen können Wenn man Fehler macht Ja So 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 erwachsen wollen wir sein Das Das in der Musik, ne? In der Musik war so ein ganz leichtes Tingeln Und das hört sich an, als wäre hier irgendwo ein Dingens Äh, Direwolves Äh Ja, wir probieren mal die anderen gleich Wir probieren mal die anderen Irgendwie Schön hier rumzufliegen Bei der Musik, aber Haben wir den Dungeon hier mal notiert? Nein Ich notiere eben diesen Dungeon Dass hier einer auftaucht So Okay Hier so Ja, so Ja, okay Die Gegend ist schön, aber Nee, die will ich auch nicht mehr Die Gegend ist schön, aber schäbig Ich sag's, wie es ist Ich glaube, ich hatte die markiert, weil wir hier noch Dinger einfallen, äh, einfangen wollten, ne? Den Buschi haben wir auch schon Schön hier Ja, jetzt nicht über diese Viecher Ich reise mal kurz irgendwo an, wo ich nicht angegriffen werde Hier zum Beispiel Und dann guck ich mal ganz kurz eben Warte mal Sag mal Hä, wie stolz der da gerade oben stand Oh, das Ei ist fertig Okay, pass auf, wir gehen gleich weitersuchen Eine Torte fehlt Die können ich mal weitermachen Die können ohne Torte nicht mehr leben Äh, ich würde ganz kurz mal eben gucken, was unsere Zucht macht zu Hause Dann reisen wir weiter Und ich suche mal ein paar von den, äh Ölviechern Warte, warte Aber erst mal Was mach ich denn hier? So Ein Moment Und pinkeln wollte ich auch nochmal schnell Lohnt sich fast nicht mehr So, ich will wissen, was, äh, was wir jetzt rausbrüten Da oben Ich glaube, die müssten durch sein, ne? Warte Sieht schön aus hier Macht schon was mit einem Okay, sag ich mal her Jau, ausgebrütet Zeig mal her Zerfurchtes Riesenei Was kommt da raus? Oho Das einzige Rezept, was ich mir gemerkt hatte Oho Oh, Level-Ubbau noch Huch Achso, hier ist Ei einsetzen Naja, dann hier Nun Guten Tag Guten Tag Jetzt haben wir bald alle Ruhe Jetzt ist bald Ruhe Ich glaube, jetzt sollte das reichen Jetzt sollte es reichen So, prima Ja, danke an Scully und Eos Andy, ne? Äh, viel, viel Dank an euch beide Ihr habt das, äh, wirklich eure Eure Kleiden sind vortrefflich So Jetzt müssen wir noch mal Folgendes tun Denn Wo sind die alle hier? Handwerk 4 Aber leider Bergbau 3 Das ist halt scheiße Bergbau 3 ist scheiße Es sei denn, wir machen uns In eine ganze Armee von Anuben Hier rein Geistig-Labil Neutralisator Spielen die Passivfähigkeiten Eine Rolle bei der Brut? Also werden die an die Kinder Übergeben irgendwie? Weil Ungeschickt Und geistig-Labil Ich meine, wir könnten uns dann Letzten Endes mit ganz viel Mit ganz viel schlechten Fähigkeiten Könnten wir uns einen richtigen Tölpel züchten Das ist einfach so ein Tölpel Der wird irgendwo ausgestellt Der einfach wirklich nichts kann Und gar nichts Und alles nur rot Und einfach nur Einfach nur, ja Blitzschnell Sadist Okay Handwerksmeister Hallo Okay Ich probiere mal was Ich will das unbedingt Ich will das unbedingt wissen Ähm Wir gehen nochmal ganz kurz eben Hier hin Warte Der ist wisch Dankeschön Vielen Dank der ist wisch Ähm Pass auf Andi und Scully Wir bräuchten eigentlich noch mehr An Nuben, ne? Wir bräuchten eigentlich noch mehr An Nuben Aber ich probiere mal Ich probiere mal eben was Warte mal Ich will das mal testen Ich tue euch mal ganz kurz Hier oben rein Und dann Blitzschnell und Handwerksmeister Die wollen wir Andy und Scully Klicken mit Serie Hört sich an wie ein billiges Aktie X Einfach Ähm Jetzt überlege ich gerade Ich hätte auch gerade überlegt Ob wir vielleicht wieder Mods nehmen Weil die Handwerker sind Okay Handwerksmeister Dann kommt mal mit bitte Ist das auch Ja passt Okay Tut mir leid Da müssen wir jetzt leider mal durch Alle Das tut mir Alter ist ja schnell Heilige Junge Bleib doch mal stehen Ne Komm mal Nein Ach hier ist jetzt Frau Mann Bleib doch mal Was ist mit dir? Ich muss das Schild ändern Ich muss das Schild ändern Das geht nicht So Handwerksmeister und Worker Oder was ist das Oder was ist das Oder was das da war Kami es tut mir leid Jetzt bleib doch mal So Bilder Jetzt Wir brauchen Mod Nachwuchs Wir brauchen Wo halte ich fest? Hä? Hä? Wo halte ich denn fest? Wieso halte ich Wieso habe ich meine Hand da? Wieso habe ich denn meine Hand genau da? Kami es tut mir leid Ich das wusste Ich habe das nicht gewusst So rein da Und jetzt gibt es Torte 24 Torten gibt es jetzt Macht mir keine Schande Doch macht mir Schande Macht mir richtig Schande Arbeitet Bein am Arbeiten natürlich So Okay Jetzt will ich aber wissen Was dabei rauskommt Alles sehr unangenehm hier Alles sehr unangenehm Gut Schau weg Ne Ich gucke aus dem Augenwinkel Bin ich immer da hinten So So entstehen also neue Mods Ja Falls euch gefragt hat Wie wir hier Das Einstellungskriterium Wir züchten unsere eigenen Mods Einfach immer Das macht es am einfachsten So Warte Ich weiß Wir haben keine Elektro-Küche Aber die brauchen wir für den Salat Glaube ich auch nicht Ach der Kollege ist ja auch gar nicht da Stimmt ja Wie ist hier mit dem Salat 144 noch drin Geil Das klappt super Aber weißt du was Ich hole jetzt Ich hole jetzt den Drachen nicht extra Den Schlong hole ich nicht extra raus Für das bisschen Essen Bitte nicht zitieren Das klingt alles ganz komisch Wir holen Schlong später raus Wenn es sich mehr lohnt Für das bisschen Pack ich nicht aus So wie ist hier Ah okay Ich gehe kurz pinken Und hole mir vielleicht noch was anderes zu trinken Weil ich Wasser ist toll Aber auf Dauer Die sind richtig schnell dabei Die sind auch schnell Bei diesem Handwerk Auch das kriegen die viel schneller hin Als Andi und Scully Muss man einfach sagen Die sind richtig fix Junge Junge Da sehe ich auch schon Warum Kami blitzschnell ist So Wir sind gleich Wir sind gleich wieder da Moment ich hole mir eben was zu trinken Gleich wieder da So Sind die immer noch nicht fertig Sind die immer noch nicht fertig Da hinten Meine Güte Prost Hmm Hmm Kami hat uns an Ei geboren So Eins der furchtes Riesenei Hat sie irgendwie Ich weiß nicht wo Ich weiß nicht wie Aber Ist halt so rausgeflutscht Aus der Achselhöhle Keine Ahnung Ich kenne mich da nicht aus Leute Das war ja riesig Das war aber Ein ganz schöner Okolyt Einfach Der muss erst mal Äh ne Der muss erst mal Durch den Kanal gepresst werden So Hallo Motz Hallo na Na ich So Beim rausdrücken zur Furcht So pass auf Der kommt hier gleich mal In unsere Zuchtkammer Äh Ich würde mir auch gerne noch ein paar andere Rieseneier ausbrüten Ich meine wir haben ja ein paar Wir sammeln die hier Aber die müssen ja auch weg Also es ist schön dass wir die sammeln Aber Das sind ja nur normal Ach okay Das sind keine Rieseneier Haben wir denn keine Das sind ja noch Jumbo Eier Dann sammle ich die weiter Dann ist egal Naja Ich will Rieseneier Ich meine die Jumbo Eier können wir auch noch weg machen Aber irgendwie So Gut 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 Schön hier irgendwie ne Ich würde gerne noch Bilder in den Wänden haben oder so Äh Ein Teppich Äh Ein Teppich hier irgendwo Oder Teppich fühle ich irgendwie nicht Ich hätte gerne mehr Idee Ne Ein Kamin geht da auch nicht Aber ist das gut Ne ne Ach der Boden muss vollständig aufliegen Ja man kennt's Aber irgendwie ist das nicht geil Kamin sehe ich irgendwie auch noch nicht Ich hätte aber trotzdem noch irgendwie gerne Dek Ups Nein Ich hätte gerne noch Deko Elemente irgendwie Sandsack Irgendwie Aber ich bin zu geizig Sachen freizuschalten Ja ne Minibar vielleicht nicht unbedingt Wir könnten hier noch einen antiken Aber irgendwie sehe ich das auch nicht Wir gucken mal Der ist Mund geklöppelt Leute Der ist mit Liebe gemacht Ja Oh die Musik ne Die Musik Ähm Ich versuche noch ein bisschen Deko Elemente zu machen Damit das Ganze hier ein bisschen aufgefrischt wird Damit das Ganze ein bisschen abwechslungsreich wird Wenn man hier rumläuft Oder ist alles sonst ein bisschen Olles Ja den Teppich fühle ich auch nicht wirklich Ich könnte hier noch einen hinmachen oder so Wobei es zu spät glaube ich Muss ich vorher machen Bevor ich hinbaue Ich fühle es halt auch nicht so richtig Aber wir haben nicht so viel Auswahl leider Ich hätte gerne Spinnenweben und so als Deko Elemente Was ist mit dir los Uni Volt Kann ich nicht Nee Okay So okay Die müssen Wo habe ich den ganzen Scheiß her Ach ja wir waren unterwegs Okay pass auf Ich mache folgendes Ich schaue mal ganz kurz eben in meinen Powerdocks Powerdocks Äh Nee Alles nicht gut Chili Drache Oh Drachen müssten wir mal Äh Wir müssten mal Chiles vielleicht Oder so Wir müssten mal Drachen miteinander kreuzen Das sind auch Drachen Können wir mal ausprobieren Zwei Drachen miteinander zu kreuzen Was dabei rauskommt Bin ich schon zu weit Die haben wir schon fertig Die waren hier drüben Okay die waren da drüben Nordwestliche Inseln von uns aus Nordwestliche Inseln von uns Von uns aus Also eigentlich hier so ne Guck mal Okay Nicht so beeindruckend hier Sieht so low level aus Ich glaube wir müssten nach Nordwesten Wieso fliege ich eigentlich mit ihm hier Und nicht mit dem anderen Von uns aus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal drei, okay Okay, geht schon Ja, die sind super süß Die sterben auch voll toll Ich guck mir das so gerne an, wie die sterben So süß einfach Hä, der müsste getroffen haben Das war locker ein Kopfschuss Hä, was ist mit dir Spiel Ach, ich Idiot Hab die Doppelflinte aktiviert Junge, manchmal seh ich's aber nicht So, oh wie süß die sterben Oh, Ragdoll Movement Uh Fast als würde er noch leben Während er ne Leiche ist Oh, da haben wir noch die Voltis Die Uni Voltis, die wollen wir auch noch mitnehmen Davon haben wir noch nicht alle, glaub ich Ja, viel besser Gönn dir So Perlö mal vier Und nochmal mal acht Geil Hier läuft Hier läuft Du Möder Möder Mal gucken Oh, halt Nicht bewegen Nicht bewegen, den ich schieße Danke Hä, was mit ihm Mach dicht, die Kiste Sehr gut So Hervorragend Noch ein bisschen Öl Ja, oh Drei Perlöl Geil, dankeschön Nice So läuft So machen wir schöne So machen wir schöne Plättchen hinterher Geile Soße Oh, das Warte, warte, warte Den Popel hole ich mir auch noch Achso, warte Ich drück die ganze Zeit F Aber da kommt niemand mich abzuholen Den Popel holen wir uns auch noch Was für eine erfolgreiche Reise Mon Dieu Magnifique Was ist das? Wilderer Rookie Bitte So Respektiere meine Zeit Mit Rookies gebe ich mich nicht zufrieden Warte, unten haben wir auch wieder ein Lager Okay Was geil wäre, wenn man sich's craften könnte Nachtsichtgerät Das wäre irgendwie auch noch super, super nice Vielleicht so mit späteren Leveln oder so Keine Ahnung Die wollen ja noch bis Level 100 gehen, glaube ich, ne? Momentan ist es bis Level 50 Soll noch bis Level 100 gehen, also Da noch Technologiebaum Ich bin super gespannt, was noch kommt Ich hoffe immer noch auf Förderbänder So ein bisschen die Technik eher wie bei Satisfactory Das würde mir ganz gut gefallen Doppelflinte Nein Kannst du mal deinen Schwanz aus meinem Gesicht nehmen, bitte? Danke So, mach mal Mach weg Dankeschön So, husch Husch ins Körbchen, ist schon spät Wo ist denn... Hat der nichts fallen gelassen? Oh, wird's spät Ich hör die Glocken Ich wollte mir noch ein krankes Lammball züchten irgendwann, ne? Ribboni Keine Ahnung Ich seh nichts mehr Noch mehr Ribbonis Ribboni Ribboni Ich seh nichts mehr Ich lieg mal wieder zurück Oha Munition Mal 8 sogar Wow Sag mal hier ist irgendwie alles tot Was denn hier passiert Hat es dir ein Unwetter gegeben? Äh, ok, lohnt sich nicht, aber ich hole mal die kleine Pärlseele So Da ist noch eine Truhe, die hole ich mir auch noch Din, di, 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 bip, bip Fünf Pfeile Hä, will der mich angreifen? Ne, doch nicht Ich war grad ganz schuld irritiert Ich dachte, man hat mich Okay Es geht doch nichts über große Fresse im Low-Level-Gebiet So, wir haben die grad, äh, da drin Ich glaub nichts, was ich brauche, ne? Obwohl Ich glaub, den kann ich noch brauchen Von denen haben wir nicht so viele Was hat denn der für ein schönes Halsband Hä? Na, komm mal mit Kleinen Nox können wir noch brauchen Wir haben noch nicht so viele, äh, so viele gefunden So Viel Spaß beim Camp Oh, Cognitos Die brauchen wir So Es sind aber zwei diesmal Müssen wir ein bisschen aufpassen Oh, ist nur noch einer Muss ich ein bisschen aufpassen Diese Animationen sind so geil bei denen So Oh, die geben aber gut Die geben gut Knochen Die geben gut Knochen Falls wir Zement brauchen Das sollten wir uns merken Oh, halt Warte mal kurz Entschuldigen Sie, mein Herr Wissen Sie, wie es hier zum Hauptbahnhof geht? Hör auf zu picken Ich will ein Auge treffen So Cool Gute Reise hier Prima Oh, nur noch vier davon Okay, gibt's hier noch welche? Das hat das ein Huhkratis, ne? Nee, ein Cognito, geil Oh, wie nice Und eine kleine Pärlseele Nee, 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 nee Nee, 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 nee Mein Herr Signor Signor Können Sie mal gerade? Sieht wirklich aus wie Spion und Spion Falls ihr mal die alten Mad-Hefte kennt Nicht so rumwackeln, bitte Oh, noch einer Geil Kommen Sie bitte So Ja, hervorragend Join Sie Ihren Kumpel Nice Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Boom, schakalaka Ich hab übrigens mal, äh, in meiner Verzweiflung, weil wir so viele Pelz haben Hab ich mal versucht, die alle in diesen Knast da zu sperren und so Wenn du die Liste voll machst bei den Ach, so ein Ei Ich dachte gerade, da liegt der rote Pelz wäre Ähm Die stapeln sich einfach komplett In diesem Käfig dünn rum Oh, die Musik Huch Boah, die Musik gerade Oh Warte, ist das da hinten, was ich denke, was es ist? Nee, ne? Nein Es sind tote Augen So Ja, und weil man, weil die Viecher sich irgendwann dann stapeln und, äh, gefühlt sehr rumbacken Wollte ich versuchen, mehrere Käfige übereinander machen, aber das geht leider nicht Leider ist die Bauhöhe von den Dingern einfach unendlich So, kann die Sonne mal wieder aufgehen jetzt? Gleich, okay Und so ging nach einer langen Nacht die Sonne wieder auf Und die kleinen süßen Tierchen des Waldes Lugten verschlafen aus ihren Höhlen und Bauten Und dann kam der böse, böse Klaus-Uwu Und schoss sie einfach weg Da wunderten sich die Tierchen sehr Sie waren ja schließlich plötzlich tot Doch Klaus-Uwu Nahm ihr Öl Und tat etwas Gutes damit Und die Tiere wussten Ich bin für etwas Gutes gestorben Und das Ist doch auch etwas Schönes Wenn dein Leben gar keinen Sinn hat Kannst du immer noch als Pärlöl enden Was? Entschuldigung So Ähm Jetzt will ich mal Da geht die Sonne wieder auf Oh, geil Cool Ich trinke nochmal schnell was Ende gut, alles gut Schön Oder du musst für Klaus Eier werfen Das ist richtig Von werfen kann da keine Rede sein Bei dem riesen Okko Lüte Du noch ausgedrückt hast Wollen wir nochmal festhalten, ja? So, wen haben wir denn da? Ach, Ribbonese Weißt du, wie ich mir manchmal vorkomme Wenn ich Pellworld spiele? Kennt ihr diese Rick and Morty Folge Mit diesem Ah, wie hieß die nochmal Wo die Schwester irgendwie In diesem Zauberland war Und ihren Kumpel da drin vergessen hat? So fühle ich mich ja manchmal Wie der vergessene Kumpel Das, ähm, ja So Aha Ich musste doch was essen So Ah ja, die Mutter Die Mutter, Entschuldigung Seine Mutter Genau, 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 genau So Die Tochter von Rick Hä? Da wundert er sich Relaxo Und er tobte gar So Ja, so komme ich mir gerade vor Halt Oh, er ist Ist ja süß Hä? Oh, nicht schon wieder Doppelflinte Das darf doch nicht wahr sein Ist er schon tot? Warum kämpfe ich überhaupt mit? Ah, okay Alleine geht's noch nicht So Balanciert er das Öl auf seinem Arsch? Nice So Die sehen aus Die sehen aus Als wären die aus Gummi gemacht Die sehen aus wie so Dinger Die man In den Pool wirft Damit man besser schwimmen kann So Gönn dir So Wie viel Pellöl haben wir dabei? 48 Okay Bitte langsam Achso Ich dachte gerade Der lebt noch Da hinten Ach Le Musik Okay Komm Immer wenn ich kurz Hoffnung in den Augen habe Sie ist schon tot Enttäuschend Lammball Ja Das ist pflanzliches Öl Das Das haben wir aus Pflanzen gewonnen Haben es aber einfach gerne dabei Oh, habe ich den Baum markiert? Ja, habe ich Dann hole ich mal Was? Ich gehe mal kurz ernten Oh, warte Ich gehe doch nicht ernten Ich gehe mal kurz abstürzen Warte Jetzt gehe ich ernten Okay, warte Schattentechnik Frucht Sehr gut, sehr gut Haben wir hier irgendwas interessantes? Ne, ne? Ich habe eine Idee Warte mal Ich mache mal Rollenschutz Äh Bäh, 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 bäh. Ich will die Welt brennen sehen. Ich will die Welt aber brennen sehen. So. Mal gucken. So. Auf geht's in neue Abenteuer. Ah, ist das schön hier. Du-di-du. Schmuppdi-schmuppdi-schmu. Schmuppdi-schmudel-didel-du. So. Geil, lieber mit. Hey! Ein kleiner Dino-Freund. Den besuchen wir gleich. Ach so, ups. Wollte ich nicht. Entschuldigung, ich drücke mir immer noch E. Ähm. Na du? Schmuppdi-schmupp. Ah. Ich hoffe, euch stört diese überhaupt in gar keinem Zusammenhang stehende Musik nicht. Die hat einfach nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich hab einfach gedacht, wäre schön, die zu hören. No. Ja, ich find die auch schön. No. Okay. Haben wir da oben noch was? Oh, ein Ei. Aber ist klein, oder? Feuchtes Ei. Mh, riecht auch ein bisschen. Ähm. Warte, ich helfe dir. Oh nein, er ist gefangen. Warte. Oh nein, der Arme. Schnell. Hol den da oben runter, Shitstorm. Auf die Schnause. Einfach auf die Schnause. So. Hä? Ist hier ein Le... Ohne, die stehen da wirklich? Weißt du was? Die können wir brauchen. Oh, Shit. Dafür war ich zu hoch. Ach, die Geisterlohre knallt irgendwie gar nicht. Mist. Da war jetzt aber ungünstig. Okay, die kriege ich irgendwie gar nicht hin. Als ob. Den begrüße ich mal ganz persönlich. So. Hallo. Den können wir auch brauchen, ne? Komm, Shitty, wir gehen. Shitty ist sein Kosename. Hä? Zwei Truh... Direkt zwei Truh nebeneinander? Na klar, warum nicht? Nehme ich mit. Zwei Brote. Zwei Brote. Ah, gut. Einfach nur so. Zum Üben. Hat aber nichts dabei, was ich brauche. Manchmal... Man muss seine Skills einfach manchmal ein bisschen üben. So. Gut. Oh, der ist tot. Komisch. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich Herzversagen. Hier war noch ne Erzmine. Aber genau neben dem Lager wäre glaube ich keine gute Idee. Musik Musik Der hat mich nicht immer nur so. Ich bin froh. Musik Und da sind die Idee. Musik Musik Musik